Ich fühlte diesen Livestream, Live und Thing überhaupt, weil ich, obwohl ich eine Stunde vorher schon angefangen hatte, da gingen jetzt ein paar Sachen nicht richtig so wie sie sollen und dadurch hat sich das ein klein bisschen vergespielt und ein paar Müdchen. Ja, ihr seht es hier, für Leute, die das kennen, den Titel steht da eigentlich auch schon drin. Wir spielen heute Sword Art Online, ich habe da auch schon ein bisschen privat gespielt während meiner Krankheit, weil es sich wunderschön auch vom Bett aus spielen konnte. Ich würde sagen, ihr hört jetzt dann gleich die Endo-Molyte, da muss ich mir jetzt noch mit dem PC starten. Und wir hören uns dann gleich im Angriff, wenn die Endo-Molyte gelaufen wird. Daher ist heißt, wir haben ein paar Sachen der Musik 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 So Leute, ich bin zwar schwimmermächtig, da muss ich mich noch ein kleines bisschen einstellen, weil ich habe ja das Problem, dass ich nach langem jetzt wieder zufrieden habe und natürlich einiges einstellen muss. Ich hoffe, man muss mich dann hier aus. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 So, werde ich jetzt mal oben im schnellen Fenster gucken. Ich bin gesagt, dass das Team geht, gleich los habt ihr noch einen kleinen Moment Geduld. Ich bin gesagt, das ist einfach, weil wir jetzt alles wieder drunter und drüber gehen, weil ich davor noch technische Probleme hatte, dass ich z.B. Playstation mit dem Internet verbinden wollte, und, 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 also mal wieder komplettes Chaos. Aber das ist halt der Unterschied zwischen mir und anderen Streamern. Bei mir kriegt ihr sowas 1 zu 1 HLive mit, weil ich halt einfach da, ganz ehrlich sagt, wenn es technische Probleme gibt, könnt ihr das ruhig mitbekommen. So. Oh. Ja, das dauert wohl schon ein bisschen bis der anderen kommt. So, jetzt mal die zwei wichtigsten Links habe ich euch jetzt mal die Gedenkste, die anderen Linkste muss ich halt im Laufe der Zeit mal machen Leute, weil das dauert ein bisschen. So, dann ist der Streaming-Versort vorbereitet, eingerichtet, hab ich das passiert? Ja, hab ich passiert. Dann gehe ich mal hier auf das Kalar. Dann wollen wir mal schauen, wie mache ich das, was ich im Chat lesen kann. Das ist natürlich blöd vom Bett aus. Mir folgt mein Handy, 70%. Mache ich es über das Handy, Leute. So Leute, jetzt bin ich für euch da. Jetzt bin ich auch auf dem Bett. Jetzt werde ich mir den Streamer kurz hier aufmachen auf dem Handy. Damit ich auch euren Chat lesen kann. Und sorry Leute für das Chaos jetzt am Anfang. Natürlich blöd, aber frisch rein kommt und erstmal riesen Chaos hier. Sorry für das Chaos. So, aber jetzt geht es weiter. So, jetzt weiß ich nicht wer noch da ist und wer sich inzwischen verzogen hat. Aufgrund der technischen Probleme gerade. Einfach mal ganz kurz den Chat reinsteuern, wer noch da ist. Damit ich auch weiß, auf welche Antworten ich noch eingehen muss. Auf welche Nachrichten und auf welche nicht. So. Den Boxschutz noch ein bisschen rüber. Das Mikrofon noch ein bisschen drüber. So. Passt Leute. Dann können wir jetzt, würde ich sagen, loslegen. Also. Wann das erstelle ich, du kommst schon aus der Anschalte. MC ist ja auch da. Bei Jonas Music weiß ich es nicht, ob der noch da ist. Der mal wieder dann seinen Namen wieder geändert hat. Ich werde jetzt an der Stelle das auch mal gleich ankündigen, Leute. Wenn ihr euren Namen ändert, könnt ihr natürlich nicht erwarten, dass ich das dann ruckzuck im Bot ändert. Das dauert halt eine Zeit, bis ich das dann am Bot übernommen habe. Weil ich normal jetzt nicht davon ausgehe, dass man seinen Namen ändert. So. Nochmal kurz zur Erklärung, was wir hier spielen. Wir spielen hier Sword Art Online. Ähm. Ah, da ist es über Asma. Asma bleibt mir stehen. Hallo. Ähm. Es ist das geheime Spiel, was ich ja beim Stream beim Herzig schon angekündigt hatte. Ähm. Und, äh, ja, das habe ich jetzt während meiner, äh, Krankheit, sag ich jetzt mal, die ganze Zeit gezockt. Und gesucht hat und angeguckt. Dann habe ich mir das ja auch angeguckt, äh, mit MC zusammen. Und, ja, hab festgestellt, dass mir das eigentlich relativ viel Spaß macht und ich das eigentlich relativ cool finde. Und dann habe ich mir hier meinen Jar erstellt. Warte mal, ich versuche hier, ob ich den Jar mal mit zeigen kann. Na, das ist blöd, ne? Warte mal kurz warten. Oh, Priscilla. Ja. 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 Ich habe übrigens, Leute, mal wieder eine Taube bei mir im, äh, im, im Hause. Ich weiß nicht wie viele, äh, weil der ein oder andere von euch hat es noch nicht mitbekommen. Ähm, was ist vergifteter Sumpf? Toxic Sumpf, das hört sich interessant an. Da gehen wir nochmal vorbei. Ähm, wie schon gesagt, ich habe eine Taube bei mir in der Dusche momentan sitzen. Ähm, die ich jetzt wieder gesund pflege. Wenn wir dann duschen gehen, tue ich den mal in einen Karton rein, mache die Duschwanne sauber, äh, im Zuge dessen gleich. Und, ja, die wird jetzt gesund gepflegt und wenn die dann wieder gesund ist, dann lasse ich sie wieder frei. Das Schöne ist, sie kann teilweise sogar schon ein bisschen fliegen mittlerweile. Sie kommt zumindest schon ein gewissermaßen, so einen halben Meter schafft sie schon hoch, von, hoch und dann stürzt sie halt weiter ab. Deswegen muss ich noch ein bisschen warten, bis ich die, ähm, bis ich die, ähm, bis ich die dann freilass. Aber ich denke mal, die nächsten, nächste Zeit werde ich sie freilassen. Vielleicht mache ich sogar nochmal eine Insta-Sorry für euch. Wo ihr das dann vielleicht nochmal mitbekommen. Warte mal, wir wollen jetzt nochmal das Belobigen. Ich glaube auf hier, oder? Ne. Ähm. Auch nicht. Ah genau, hier war's. Wenn ihr immer wieder Belobigt, dann, äh, steigt die Zuneigung. Ähm, Steffi wird heute nicht online kommen, sie ist aggressiv heute. Das kann ich mir schon vorstellen, dass sie aggressiv ist, äh, Vanessa, weil ich hier vorhin die Meinung gesagt hat, weil, seit, äh, sie hier beim Stream dabei ist, ähm, hofft dieser scheiß Tobias Braun immer bei mir rum und, äh, setzt alles daran, meinen Kanal kaputt zu machen und, ja, so hat er höchstwahrscheinlich auch den letzten Stream quasi geclaimt. Und da hab ich sie dann angerufen und hab gesagt, ich soll das mit dem Tobias Braun endlich klären. Die soll endlich dafür sorgen, dass dieser Pisser sich nicht mehr auf meinen Kanal blicken lässt. Oder wenn er sich hier blicken lässt, dass er die Dislike rein zum Scheiß lässt. Weil das nervt einfach. Und damit kam's halt nicht ganz klar, weil ich halt dann auch gesagt hab, ähm, Freunde braucht man nicht unbedingt. Und für mich ist mein YouTube-Kanal sehr wichtig und ich hab gesagt, wenn der es, äh, wirklich schaffen sollte, dieser Tobias Braun meinen Kanal kaputt zu machen, ähm, und nicht mehr, wenn ich ja wieder von vorne anfangen muss, dann kapsel ich mich komplett zuhause ein. Also, ich werd zwar dann wahrscheinlich einen neuen Kanal erstellen, ähm, und werde auf diesem Kanal wahrscheinlich dann noch aggressiver, äh, streamen, also heißt quasi noch mehr streamen, um eben, äh, ziemlich schnell wieder Reichweite zu kriegen. Und hab halt hinzugerissen und auch gesagt, naja, dann kapsel ich mich halt zuhause komplett ein und, ja, dann hab ich halt keine Freunde mehr, ist mir dann auch egal, Freunde braucht man, hab ich gesagt, und das hat so ziemlich schön getroffen, äh, die hat dann das Weinen angekommen, da hab ich dann auch aufgelegt, weil, mir gehen allmählich die Nerven durch. Weißt du? Weil mein Leben in letzter Zeit mich auch permanent am Ficken ist und, äh, ja, irgendwann kann man nervlich einfach nur stabil bleiben und dann, ja, passiert halt sowas. Die hätten uns warnen können, dass er mit so einem Kaspar Stress hatte, sie hätten uns das vielleicht vorher erzählen können und so weiter, anstatt dann, ähm, stillschweigen drüber halt. Und deswegen bin ich halt auch so stinksauer, deswegen. Ja, und deswegen, auch wenn es jetzt heute nicht kommt, ist mir das, äh, offensichtlich gesagt sogar heute ein bisschen lieb, weil heute ist mein Comeback-Stream, ähm, und ich möchte auch den Comeback-Stream gemütlich machen, mich nicht wieder aufregen müssen. Ich mein, ich, es geht mir auch noch nicht so top, also, ich merke den Rücken immer noch, aber wenigstens, äh, geht's jetzt wieder so weit, dass ich einigermaßen wieder, äh, ich sag mal schmerzfrei sein kann, indem ich halt einfach, äh, zwei Tabletten nur noch fresse und dann sind die Schmerzen weg. Vorher war es so, dass ich neun Tabletten gefressen hab und es hat trotzdem nichts gebracht. Was ich da vielleicht auch noch verletzen könnte, war denn, äh, meine Sprachnachricht? Hm, MC hat ja dann auch noch ziemlich eine harte Ansage getroffen und... Ja gut, das würde ich jetzt nicht sagen, halt freundlich, aber bestimmt. Und ich mein, äh, alles nur eine, ja... Ich mein, in gewissermaßen ist es so, dass sie, äh, wenn es mit dem Typen so weitergeht, wahrscheinlich ziemlich bald meine harte Seite kennenlernt. Und, äh, die will sie eigentlich nicht kennenlernen. Weil ich fress übelst viel in mich rein, aber irgendwann zerreißt sie mich und dann geht die Post ab. Und da nehme ich dann auch keine Rücksicht mehr auf Gefühle, weil da kriegt dann, äh, dementsprechend die Person, die indirekt für diese, für diesen Frust verantwortlich ist, äh, das auch ab. In dem Fall sie. Und das möchte ich ja eigentlich nicht an, äh, anmuten. Deswegen sollt ihr jetzt einfach schauen, dass ich es gebe. Klärt kriegt mir den Dolly und dann ist alles gut. Man meinetwegen, ich hab ja nicht einmal ein Problem damit, wenn er hier im Stream zuschaut. Da hab ich nicht einmal ein Problem damit. Mir geht's bloß darum, dass immer wenn der da ist, dann komischerweise Dislike sein, komisch auch. Dann sollt ihr einfach nur die Dislike reiß sein lassen, dann ist alles okay. Dann kann er meinetwegen sogar hier im Stream rumchillen, meinetwegen. Das ist mir egal. Ja, da soll ich das Werte noch machen. Ich hab ja nicht mehr und wir lieben. Ich hab ja auch nicht mehr Leute beleidigt. Ja. 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 der Code ist eh nicht mehr so gut, weil ich eben ständig das Problem hatte, dass ich gesundheitsbezogen oder dann zeitweise auch wegen Staus oder Fallsperrungen gezwungen war, meinen Kanal erst einmal, also meinen Kanal quasi in Anführungszeichen zu pausieren, weil ich die Zeit nicht hatte zum Streamen und so, weil es dann hingekaut hat, wie ich mir das vorgestellt habe und so. Und ja, dadurch natürlich eine Zeit lang nicht kam und dann die Zuschauer natürlich meinen Kanal aus dem Gedächtnis gelöscht haben und ja, das hat mich persönlich, ähm, ärgert mich das halt auch, weil ich sag mal, bei über 88 Abonnenten jetzt aktuell gerade drei Zuschauer, das ist einfach, doof gesagt, peinlich, also wenn ich mir anschaue, wie HerzigenMun gestern abgegangen ist der Stream, ey, bei denen ist ja recht durch die Hölle los gewesen gestern. Ja, ich glaube, ich mache es hier bei mir jetzt so, wie bei einer Familie in der Nähe, in der Kirne. Na, was denn? Du bist der älteste Sohn, also muss ich durch mal jede Scheiße hören. Ah, ich glaube, ich weiß ja nicht mehr. Genau, bei. Ah. Ah. Das war's für heute. Vielen Dank. Das war's für heute. Okay. Okay. 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 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 6 6 6 7 7 8 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 13 14 15 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 20 20 21 22 22 22 Gegner kriegen muss, dann gibt es eine Mission wo man die Drops von den Gegnern sich holen muss. Deswegen empfehle ich euch, nehmt euch die Zeit und checkt die nieder. So Leute, ich mach jetzt mal ganz kurz ne Instastory. Jo Leute, ich bin hier grad live mit SAO, checkts rein, hier gemütlich am zocken vom Bett aus. Kommt vorbei und checkt das aus, bis gleich. So, ich kann da noch was mit der Story reinstellen. Das war's für heute. So, Ach, bin ich blöd? Jetzt mache ich mein Handy in Dings und ziehe ich natürlich den Chat nicht. Bin ich doll die erst, Alter. Das ist doch nett, ey. Voll verkackt. So, weiter geht's. Da vorne ist mir jetzt der erste Dungeon, Leute. Aber den wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht dieses ausgedörte Dingsmuster, sondern wir wollen da rüber. Wir wollen uns den anderen krallen, aber ich komme da irgendwie nicht rüber, Leute. Ah, ich hätte da unten den anderen Weg langen müssen, ne? So was, dann müssen wir das jetzt vorstellen. Gehen wir da jetzt einfach rein. Auf gut Glück. Oh, jetzt können wir die Pilze verkloppen. So, ja, dann können wir uns nicht anrufen. Alter, ist nicht Ruhe. Gehen wir uns noch. Hier ist es da hinten. So, ich mache mir mehr Kite, genau. So, wie ich mich drüber hören kann. Okay, da komme ich auf jeden Fall nicht rein. Dann machen wir es ganz einfach. Dann gehen wir jetzt da rüber, äh, teleportieren wir uns rüber. Und gehen von dort aus dann, äh, in die Dungeon. Ah, wo ist sie? So, dann geht es jetzt hier durch. Skorpione-Murpsen. Ah, ja, okay. Das war's für heute. 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 Oh wow. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja Leute, ihr wisst ja Bescheid, morgen ist Montag, das heißt, ich werde wahrscheinlich morgen mal wieder das machen, was die meisten von euch gerne sehen, wir spielen ein Sims. Um weiterzukommen, musst du erst folgende Fahrt im Hauptspiel passieren. Was ist denn diese Pfad? Ist das der Pfad der Tugend oder was? Ich glaube, das war dann wahrscheinlich hier einer, ne? Soll mal das da, weil das direkt ein Spawn daneben wird, kann ich den ja auch schon spawnen, ne? Das ist der Pfad der Tugend. Ey Herzegmon, bist du noch da? Weil wenn ja, mach mal Werbung auf deinem Insta. Das ist der Pfad der Tugend. Das ist der Pfad der Tugend. Der Pfad der Tugend. Die Pfad der Tugend. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt haben wir die ein bisschen auch schon abgeschlossen. So, jetzt können wir die Schindler wiederholen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weil wenn das weiterhin so mies läuft, ganz ehrlich, dann haue ich nicht so viel raus, als wenn jetzt der Stream wäre, wenn man einiges wieder besser läuft. Bin ich auch ganz ehrlich. Aber ich haue jetzt zum Beispiel keine 200 Euro raus, wenn das weiterhin so scheiße läuft. Aber ganz ehrlich, wenn das weiterhin so scheiße läuft, dann haue ich vielleicht, wenn es sein muss, vielleicht zwei Karten oder so raus. Also vielleicht 20 oder 30 Euro und das war's dann. Mehr haue ich da dann ganz ehrlich nicht raus. Ne Nico, willkommen zu mir, dass du ein scheiß. Moin Erb, ich bin in 20 bis 40 Minuten da. Moin Erb, ich bin in 20 bis 40 Minuten da. Moin Erb, ich bin in 20 Minuten da. Ja, kannst du machen, Nico. Okay. Jetzt müsst ihr mal auf den EP-Balken achten, Leute, wenn ich so eine Fledermaus besiege. Passt mal auf, achtet mal unten auf den EP-Balken, das ist der gelbe unten. Unter mal neben, dieser gelbe Balken. Müsst mal aufpassen, wie der jetzt gleich hochgeht. Zack, seht ihr das? Da sieht man wenigstens, wie der hochgeht, wenn ich solche Gegner die ganze Zeit dreschen tue. Da kann man richtig geil leveln. Wie ist das? Das ist noch ein paar Jahre alt. Das ist noch ein paar Jahre alt. Ach, das macht die Hände. Ach, das war so. Wenn man das hier, ist das, was das noch nicht aufgefallen. Da ist ein paar Jahre alt. Wenn man das nicht, dann kommt es wieder auf. Das ist noch nicht so leicht. Aber ich weiß nicht, was ich da. Herzlichen Mut, das ist auch gar große Kunst, ich habe das auch so angekündigt, dass ich komplett auszupfen werde, weil es mir eben noch nicht so gut geht und ich am Anfang nicht noch länger Pause machen will. Weil siehst du ja, wie es jetzt schon ausschaut von den Zuschauertzahlen, als wenn ich dann noch eine Woche länger Pause mache, dann schauen die Zuschauertzahlen noch zu schrittener aus. Scheiße, deswegen musste ich jetzt mehr, ich war im Endeffekt jetzt auch oder anderem gezwungen, quasi ein Comeback wieder zu machen, weil egal wie es mir geht. Ich kann nicht mehr so weit machen, weil ich mich echt bei meinem Youtube Kanal nichts machen kann. Da kaum einer zuschaut. Und warum ich meine Scheiß-Sundheit weil ich ständig im Arsch ist, ey. Ich bin mir mal gespannt wie dein erster Stream dann läuft, wo du keinen Gifffahrweiber hast. Da bin ich echt mal gespannt drauf, sei ich ganz ehrlich. Ah, die Noe mit Overdump start. Vor dieser Scheiß-Tobias-Braun-Geschichte liebt es von mir auch alles viel besser, muss ich auch dazu sagen. Aber mir geht es der Fehler, dass ich es nicht einmal zum Mod gemacht habe. Das war's für mich. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für mich. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Masi, Willkommen stream schon, dass du entscheidest. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ja, was muss ich jetzt machen? Ja, es geht einigermaßen, ich bin bloß gerade, äh, emotional gerade ein bisschen, äh, gefickt halt schon wieder mal. Ja, ich bin bloß gerade, äh, wie ich jetzt bin, äh, wie ich jetzt bin, äh, wie ich jetzt bin. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, so wie es aussieht, dann müssen die Stützpunkte verteidigt werden, das vermute ich fast. Deswegen werde ich jetzt mal so einen blauen eilen. Mal kurz die ganzen Gegner hier drin ignorieren. Mal schauen, dass ich den blauen und den anderen mal retten kann. Ich vermute fast, dass diese beiden Stützpunkte überleben müssen. So schätze ich das jetzt ein, weil die eben so eine KP-Leistung drüber haben. So schätze ich mal da ausgehen wenn ich es für einen und runter kom감을 festmachen. So schätze ich ganz schön aussehen. Stützpunkt läuftst du horszug auf. So schätze ich aber dort dreiutoin laundry und wieder dwaensive. So schätze ich hab dich hin begegnet. Das war's für heute. Ich kann jetzt mal den anderen Stiftpunkt helfen, vielleicht mal für die Gegner hier. Ich kann jetzt ein Kitzchen auf die Welt bringen, wenn das doch noch nicht drauf ist, dann geht. Ich kann jetzt ein Kitzchen auf die Welt bringen. Ich kann jetzt ein Kitzchen auf die Welt bringen. Ich kann jetzt ein Kitzchen auf die Welt bringen. Ich kann jetzt ein Kitzchen auf die Welt bringen. Ich kann jetzt ein Kitzchen auf die Welt bringen. Ich kann jetzt ein Kitzchen auf die Welt bringen. Ich kann jetzt den Stiftpunkt helfen, wie ihr seht. Ich werde mich auch schon relativ niedrig. Und wenn der leber. Ich bin nicht ein Kitzchen auf dem Kitzchen. Da, ich bin doch nicht mehr. So, dann heilen wir die mal, kann die hier vielleicht mal hoch heilen, hallo. So, dann gehen wir mal wieder zurück zu dem anderen Ding. So, dann gehen wir mal wieder zurück. So, dann gehen wir doch hin. Okay. Gegen Endpost traue ich mich jetzt mal noch nicht. Gegen Endpost traue ich mich jetzt. So, wir sind auch verteidigt. So, jetzt gehen wir mal zu diesem Endgegner mal hin. Ne, wir müssen nur dort zu einem Punkt. Da sind wir auch schon dabei gelb. Und wenn wir dann zusammen... Das hat beide Jürschen Willkommenspünchen veranschaltet. Darf ich dich anrufen? Ähm... Wer bist du überhaupt? Kennen wir uns persönlich oder wie schaut's aus? Ja. Normalerweise möchte ich nicht gestört werden per Handy, während ich streame. Was? Ja, ich bin's. Ja, wer ist denn? Ja, ich bin's. Ja, wer ist denn? Wir wissen nicht. Will ich gerade mal länger werden kann ich mir nicht vorstellen. Wie wir halt in Summen nachher haben. Ne, jetzt ist der GameZone angeblich immer noch zu doll, das kann nicht sein. Ich bin GameZone vorne schon mal untergestellt, fast auf Mull. Herzlich, dass ich gerade garantieren den voneinander eingereicht, weil wir haben wir bis jetzt hat Kana sich da diesbezüglich beschwert. Ja warum wurde der jetzt ausgeblendet? Wir sind am Marktplatz, aha. Ach dann ist es Tobi, dann ist es garantiert der Tobi ja. Und wann wurde er jetzt vielleicht ausgeblendet? Heider Jürschen jetzt hat garantiert nicht am Marktplatz, weil ich weiß ganz genau jetzt wenn ich zum Beispiel den Stream wieder beenden würde oder beziehungsweise pausieren würde, um davor zu gehen, um zu gucken ob du da wirklich bist, dann bist du wieder nicht da. Das hat bestimmt wieder dieser Tobias Frauen. Und er ist garantiert nicht am Marktplatz so wie er behauptet. Aber komischerweise das letzte Mal wurde immer gesagt, er ist da oder da. Die sind hingegangen, haben geschaut ob er wirklich da ist und er war wieder nicht da. Ich werde auch den Stream für den nicht mehr äh ich sag mal pausieren, weil ich es nicht mehr einsehe. Das hat nämlich unter anderem auch viele Zuschauer gekostet. Aber ich werde es jetzt gleich sehen, weil wenn ich jetzt dann die Like, Dislike gerade wieder anschaue, dann werde ich wahrscheinlich wieder ganz gewaltig viele Dislikes drauf sein. Also 8 Likes, 0 Dislikes? Also 8 Likes, 0 Dislikes? Ja, ja. Okay. Ja, 8 Likes, 0. Ich bin gespannt. Wenn das wirklich der Brownie ist, dann werden wir das ziemlich bald merken, dass der das war. Dann war es wahrscheinlich nicht der Brownie, dann war es vielleicht irgendjemand anders. Ich mache jetzt mal einen Save-Check, Herzigmund. Test, Test, 1-2-3-Test. Also bei mir ist es perfekt. Batch jetzt mal ein bisschen. Na, das passt also. Ein bisschen weiter sein. Das passt so eigentlich. Na, wieso mal? Er muss mich ja nicht extrem vorwürfen, ey. Ich kann den Game-Check nicht mehr leiser machen, wenn ich jetzt auf Optionen gehe. Der Sound ist ja schon aufs Minimum. Wenn ich jetzt eins so weiter rüber geh, dann ist er wahrscheinlich komplett weg. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich gehe zwar jetzt mal aufs Minimum, dann ist aber wahrscheinlich komplett weg der Sound. Schauen wir mal ein Handy, jetzt mach doch nicht wieder einen Scheiß, Alter. Schauen wir mal. Siehst du, jetzt hat man gar nichts mehr. Wenn ich jetzt das Ding so tue? Siehst du, jetzt hast du gar nichts mehr, nur noch das Knopf gedrückt. Warte mal, wo ist jetzt beim Mikrofon nochmal das Mikrofon anstellen? Ist das doch unten oder? Das ist das Gain oder? Ja. Das ist auf Maximum. Vielleicht genau das dann liegen. Aber gut, der Spielchef hat nachher nichts. Äh, das Spielding. Weil der von der Playstation heute betrage nicht von dir. Das ist das Ding. Ich bin der von uns. 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 Das ist schon ein fette Hund oder? Weißt du, solange ich nicht so viel Unterhaltung habe, dass ich permanent beim Reden bin, ist es mit Sound besser. Weil wenn ich dann wieder so Sprechpausen habe, wo ich nichts sage, dann ist es natürlich am besten, wenn ein bisschen Gamesold noch zu hören ist. Aber sonst ist es einfach scheiße. Ich bin generell dafür, dass Gamesold zu hören ist. Nein, soll ich generell bei jedem Stream ist irgendwo der Gamesold zu hören. Oder nicht? Jetzt werde ich nur noch ein bisschen Gamesold Musik laufen lassen. Und Tobias Braun, ich habe mit der Steffi gesprochen. Sie würde sich mit dir treffen wollen. Wenn du den Gegenzug da meinen Kanal in Ruhe lässt. Sie würde sich mit dir treffen. Ende diesem Monat. Weil sie da eh ein Schwabere sind. Da würde sie sich dann mit dir treffen. Alleine. Die einzige Bedingung, die sie stellt ist, dass du meinen Kanal in Zukunft in Ruhe lässt. Weil es eine Sache ist zwischen ihr und dir. Und nicht zwischen uns beiden. Das ist die einzige Bedingung, die sie stellt. Ich habe vorhin mit ihr telefoniert. Da kamen wir nämlich auch wieder auf dich zu sprechen. Und da habe ich dir gesagt, dass du dir das klären soll. Und da hat sie gesagt, sie würde, wenn du meinen Kanal in Gegenzug in Ruhe lässt, sich mit dir treffen. Und sie würde sich sogar mit dir alleine treffen. Ja, aber der ist garanti trotzdem dabei mit irgendwelchen Mutti-Accounts. Die einzige Bedingung habe ich schon gesagt, Tobias, dass du meinen Kanal in Zukunft in Ruhe lässt. Da habe ich schon gesagt, ich habe mit dir nichts wirklicher Mut. Und das ist eine Sache zwischen euch beiden. Du könntest dich maximal auf MC Disaster-Kanal gehen. Weil er im Endeffekt eher ihr Freund ist. Aber ich habe mit ihr nicht wirklich so zu tun. Sie sind bloß Freunde im coolen Sinne also kein Partner, sondern Freunde. Und Freunde ist ja nichts Verwerfliches. Als ob du jetzt meinen Toten-Kanal so ein bisschen schon zerstören würdest. Naja, jetzt wollen du es nicht. Aber im Endeffekt ist es so, dass ihr beide am ehesten was mit ihm zu tun habt. Und du schließlich ihr Freund bist. Also ihr Partner. Somit sich der Tobias eher auf deinen Kanal hoffen sollt. Oder sollte, als auf meinen Kanal. Herzig, du brauchst da gar nicht so einen Umweg machen. Weil die sind eh nicht vorne. Und spätestens jetzt, wo du es reingeschrieben hast, sind die noch mal vorne. Herzig, der wird da nicht sein. Wie schon gesagt, ich habe schon x-mal in der Vergangenheit den Stream unterbrochen. Ich habe geschaut, ob er wirklich da ist. Und er war wie jedes Mal nicht da. Also herzlich, den Weg kannst du definitiv viel sparen. Mal zur Bank kannst schon gehen. Aber du brauchst ja nicht den Umweg über den Ding machen. Über den Marktplatz. Es ist sinnlos, wenn du zum Marktplatz läufst. Weil du wie schon gesagt, eh wieder nicht da hast. Wir sind bloß die einzigste Person, mit der er sich wirklich ernsthaft treffen will, ist Steffi. Wie schon gesagt, sie hat sich bereit erklärt, mit ihm sich zu treffen, wenn er im Gegenzug meinen Kanal in Ruhe lässt. Das ist halt die einzigste Bedingung, die sie hat. Das war vor und nach dem Treffen mein Kanal in Ruhe lässt. Und probiert braun, falls du noch da bist. Wie schon gesagt, Ende dieses Monats ist sie hier in Schwabach. Da kannst du euch dann mit ihr treffen. Und dann könnt ihr euch miteinander aussprechen. Ach, mir geht so, ja, eigentlich nicht so gut. Ach, mir geht so, ja, eigentlich nicht so gut. Und dann haben wir Das ist einfach nicht so gut. Das ist ein Problem. Das ist doch gut. Dann geht noch mal darauf, was das will ich mich besprechen. Im Kreuz. Im Kreuz. Ich bin so gut. Ich bin so gut und wütig. Ich bin so gut und lege der Guterung, Und dann geht das Bild. Für mich das ist einfach nicht sehr gut. Ja, herzlichen Mut, aber wie schon gesagt, sie hat vorhin gesagt, sie würde es machen, weil ich es ja ziemlich groß angeschnauzt habe, weil ich ihr gesagt habe, sie soll das mit dem klären, habe ich sie richtig derbe angeschnauzt und habe dann zu ihr es auch gesagt, sie soll sich doch einfach mit dem treffen, soll sich mit dem aussprechen und dann ist doch die Scheiße gegessen. Und dann hat sie gesagt, es ist in Ordnung, sie trifft sich mit ihm und klärt es, dass er dann auch meinen Kanal irgendwo lässt. Und dann hat sie gesagt, es ist in Ordnung, sie trifft sich mit ihm. Und dann hat sie gesagt, es ist in Ordnung, sie trifft sich mit ihm. Ach, der macht eigentlich gerade nass. Ich weiß nicht, es kommt auf die Zuschauer an, wie aktiv sie sind, weil wenn das so scheiße läuft, bin ich ganz offen ehrlich, dann werde ich den auch nicht ewig in die Länge ziehen, weil ich persönlich jetzt auch Nummer 1 sehe, jedes Mal ewig hin in die Länge zu ziehen, wenn das Team scheiße läuft, ganz ehrlich. Wenn die Leute nicht hinter mir stehen, dann habe ich auch Krampf, auf mich ewig dahin zu setzen und ewig hinzufügen, ganz ehrlich. Entweder steht man hinter demjenigen, den man abonniert, oder man lässt es einfach, ganz ehrlich. Sieht jetzt ganz andere Seiten auf mittlerweile. Nee, brauchst du eigentlich nicht herzig. Da kannst du mein Ding anrufen. Aber es reicht doch nur, wenn du mir im kurzen Rezept schreibst. Ich weiß nicht, ob ich es schiefst, oder wie ich es schiefst. Ich weiß nicht, ob ich es nicht so gut machen. Ich weiß nicht, ob ich nicht so gut machen. Aber ich weiß nicht, ob ich sie nicht so gut machen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. 2 1 2 4 das problem ist ich mein vielleicht vergessen okay aber ich sag mal es gibt hier leider gottes doch zu viele leute die mich zwar abonniert haben aber in zwischen ja mein kanal einfach komplett ignorieren und ganz ehrlich es macht halt ein streamer und ehrlich gesagt kann spaß wenn man dann sieht man hat so eine extreme größe eigentlich schon und eigentlich auch eine dementsprechende reichweite und dann macht man einen stream und dann ist das kanada und schreien es ja alle wunder was sie für fans sind wunder wie sie einen feiern und bla 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 und hin und her und von wegen bester youtuber bla 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 und hast du nicht gesehen und dann dürfen wir feststellen dass das eigentlich fast alles nur noch heuchelerei war weißt du da mal einmal einen unfall ist man für ein paar wochen nicht da und dann kommt man wieder live mit dem comeback streamer dann sieht man vier zuschauer das ist ein witz gegen das was ich früher hatte ganz ehrlich ich werde an zukunft einmal maximmäßig den streamer die länge ziehen wenn die zuschauerzahl nicht passt ganz ehrlich dann möchte ich den stream einfach kurz machen wenn die zuschauerzahl passt dann mache ich auch längeren stream bin ich gern dazu bereit aber wenn mir die zuschauerzahlen immer passen dann mache ich das in zukunft ganz einfach da mache ich einfach nur kurze streams ganz und vielleicht werde ich nebenbei noch einen zweiten kanal hochziehen ich weiß es aber noch nicht problem ist ich will den namen von den kanal jetzt auch hier nicht nennen einfach aus dem grund weil ich nicht weiß ob diverse hater dann einfach auf den kanal rüber switchen ich werde hin und wieder informationen versuchen irgendwie so zu droppen dass es entsprechende personen nicht mitkriegen ich weiß bloß noch nicht genau wie ich es mache da lassen mir was einfallen habe ich ja auch äh es liegt daran weil du keine giveaways machst weil die alle nur wegen geld da sind ja ich sag mal so wir werden es im endeffekt beim herzig moon sehen wir werden sehen wie es jetzt sich bei ihnen entwickelt jetzt macht er ja gerade keine ahnung im nächsten stream macht er kreativer weg dann bin mal gespannt wie denn seine zuschauerzahlen ausschauen weil das ist nämlich ganz gutes vergleichs äh äh ding ist den kann man ganz gut als vergleich nehmen ich sag es mal so ich werde halt bei den leuten die die äh die aktiv sind die werde ich mir auf dauer merken und denen werde ich versuchen dann irgendwie eine nachricht zukommen zu lassen dass ich ich jetzt äh so und so heißt das versuche ich wie schon gesagt so zu machen dass sie äh dass der hater es nicht mitkriegt äh wie denn jetzt mein kanal genau heißt mein neuer dann ich habe gesagt er hat äh er planet nico das immer dann sehen wenn er wieder streamt dann bin ich mal gespannt wie das dann ausschaut ich probiere das jetzt einfach den gegner gleich direkt niederzunutzen und werde dann aufhören wenn ich merke okay irgendeins äh dieser pumpe geht so weit runter dann muss ich schneller agieren das ist das problem hier bin ich eben nicht gut hier bin ich eben nicht genau schon Wo ist nur auf den M-Bot loszugehen? Was ist nur auf den M-Bot loszugehen, du blöde Kuh, Alter? Was ist nur auf den M-Bot loszugehen? Was ist für mich? Was ist für mich? Was ist für mich? ne zack, nack du doch aber, was fandst du? was fandst du? Da ist eine Schraubigländer, da kann er schneller rüberstehen, wenn er Pickschlattert. Ich könnte mich noch mal mitgehen mit dem Marking. Oh, ich könnte mich noch mal mitmachen. Aber ich könnte mich noch mal machen. Aber wenn er sich schon mit Eiern hätte und wirklich was ernstes machen wollen, dann würde er nicht hier vorbei kommen, wenn er schon wieder weiterhelfen würde. Aber naja, wie fällst du dein Gäste? Na dann viel Spaß noch. Du kannst jetzt sicher auf einmal Dings machen, was ist das denn? Weißt du, kannst du jetzt wieder regenerieren, der Bauer, Alter? Du hast es gesehen, ich habe ihn gerade Down gehabt. So. Ich kann nicht ewig auf den einklopfen, weil ihr seht, da eine Punta ist für die Schmiede. Eine Kontrolle Punta. Wo ist der jetzt hin? Event gescheitert? Hä, warum ist jetzt das Event schon wieder gescheitert? Das muss man nicht verstehen, oder? Du hast das Spiel verpackt. Du hast echt das Spiel verpackt, Leute. Na moin, da ist halt erst gleich das Spiel verpackt. Merkt man gleich, dass das nicht Square Enix ist, wo das Spiel entwickelt hat. So, wir rennen da jetzt direkt hinter. Versuchen es noch einmal. Dann beobachten wir sowohl die Zeit unten, als auch die anderen Dinge. Die Gegner tun wir alle immer ignorieren. Oh, falsch. Das heißt, der Mann zieht sich zwei Mal im Leben. Ja, wie schon gesagt, ich werde es eh so machen, dass... Ich werde versuchen, es zwar so zu machen, dass die Person es nicht rausfindet, aber trotz allem dem werde ich natürlich auch es so machen, dass die Leute, die es wissen sollen, dass die es mitkriegen. Deswegen, wie schon gesagt, ich werde auf jeden Fall die aktiven Zuschauer, die jetzt schon sehr lange dabei sind und die eben auch vor der Zeit da waren, oder wo ich ziemlich sicher so weiß, dass das nicht ein Tobias Brown Account ist. Oder wie ist der andere? Billy Games Account. Diese Accounts werde ich mir merken und werde die persönlich versuchen, irgendwie zu kontaktieren, um so es zu verhindern, dass es an die Information an falsche Leute gerät. Und werde dort quasi nochmal extra externen Account machen. Nach diesem Account werde ich dann probieren, nochmal einen Neustart zu machen. Weil, ich sag mal, beim EOP LLP Account, es ist halt das Problem, es waren einfach zu viele... Es war zu oft einfach der Fall, dass ich aus Krankheitsgründen meine Streamerei nicht einhalten konnte. Und damals hatte ich halt niemanden, der vertreten konnte. Wie jetzt zum Beispiel Happy Moon. Und dann war halt das Problem damals... Da fiel natürlich das Problem dann im Raum. Es war keiner da, der es vertreten hat und somit ist nicht gestreamt worden in der Zeit. Und die Leute, die dann angebliche Fans bloß sind und keine wirklichen Fans, das sind halt die Leute, die sich dann noch verpissen halt, wirst du? Wenn man dann auf dem Kanal nie wieder irgendwas sieht. So, der ist hier, jetzt gehen wir mal zum roten Punkt. Oder was ist, wenn ich... Leute, was ist, wenn ich diese Punkte mal die ganze Zeit verteidige? Weil dann reicht die Zeit nicht, weil ich muss ja innerhalb von der Zeit den Typen ja, glaub ich, killen. Das ist ja das scheiß Problem, wisst ihr? Vielleicht gibt es da irgendwas, was man zerstören kann. Hm, hm. Nichts. Gibt ja nichts, was man zerstören kann. Okay. Ich war ja erst bei einem großen Leute dabei, wo ich ein Auto gesprünner habe. Ja, wie schon gesagt, ich meine, ich finde eine Möglichkeit, die Leute dann auch zu kontaktieren. Und da fällt mir schon irgendwas ein. Irgendwas finde ich da auf jeden Fall. Mir geht's bloß darum, dass dann, ähm, Leute, die, ähm, eben dadurch, äh, wie gesagt, es gibt ja zwei Leute, die, äh, richtige, krasse Hater hier drauf sind. Das ist einmal dieser Peel Games und einmal der, äh, Tobias Braun und, ja. Das Problem ist, ich meine, normalerweise hat man solche Hater, äh, nicht in so einem großen Stadion. Normalerweise hat man solche Hater erst, wenn man wirklich so, sagen wir mal, so um die Stehende aus dem Abonnenten hat. Und normalerweise kaschieren dann die Fans, äh, die wirklichen Fans, kaschieren normalerweise einfach dann die, äh, scheiß Haterei von denen. Jetzt verstehe ich das. Da hat er unten drei vier Symbole. Und diese drei Symbole, wenn man die weggekloppt hat, dann ist er hier, oder was? Da hat er, würde ich jetzt, äh, was oder was? So in der, äh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja. Und dann taref ist das. Da ist er, aber selbstverständlich, äh, also, ja, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Wir, das sind nicht weiter. Ich bin jetzt mal zweit. Oh, ja, 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 ja. Super, wie gesagt, Peel, wo incorrectly? Ich bin da, äh, ja. Ich bin da, äh, das nicht so, weil ich bin, die Ei cure. Untertitelung des ZDF, 2020 Jawoll! Geht doch! Hast du es geschafft? Ja. Gut Wunsch! Ich werde wahrscheinlich um 21.30 Uhr nicht am Teamspeak sein, weil ich lieg ja gerade im Bett, weißt du? Meine Frage! Scheiße! Meine Frage! Wie speziell die daustehen? Ist das eine, die du vom Herzig nicht gepackt hast, oder eine, die von mir noch daustehen? Wo? Da direkt am Bett! Wird eine sein? Ich habe vom Herzig nicht mit, Mama! Wenn ich ja sein kann! Ach das, Mama! Noch habe ich mal was drunter geschoben, was du eben noch nicht vorhaben! Ne, weil er schief war! Ach so? Der schiefe Fernseher, ach du liegst auch genug, gemütlich, hm? Ja! Ja, bruh! Ich glaube, er fährt sich's gut gesagt! Ach so? Ach so gut! Jussli Zero! Oh ja, ist so sympathischer! Um directed zu mir! Aber das war nicht so viel klar! 特色. Schade 고양ier Närere theta Und Light Screen Schauen wir mal, kann ich mich mittlerweile aufwerten, weil ich habe nämlich einige schöne Dinge bekommen. Ich habe keine Idee, was ist, wenn ich mir hier, nehmen wir mal das. Was ist, wenn ich mir jetzt da mal einfach mal Chassafan die hier ausrüfte? Ne, geht nicht, okay. So wie es aussieht, habe ich jetzt einen Beiträglichkeitsskill, das heißt, ich kann wahrscheinlich jetzt ein zweites Schwert tragen. Ah, Lena! Was? Wie? Du hast den Beiträglichkeitsskill. Ich kann hier auf Schwert gehen. Also wenn ich ein zweites Schwert habe, kann ich wahrscheinlich mit zwei Schwertern arbeiten. Was? Was? Wie, Alter? Du Drehzau. Ach so, in wer steckst du? Schau weg. Das sieht nicht immer schlecht aus. Ich glaube, das behalte ich. Das behalte ich. Das behalte ich. Ähm. Was? Wie geht's alles? Wie schnell ist, geht nicht so. Ich bin gerade ein wenig emotional ein bisschen im Arsch, aber sonst geht eigentlich alles. Oh, Lena hat's gut. So, jetzt machen wir folgendes. Jetzt gehe ich mal in die Stadt. Dann besorge ich mir ein Eins-Schwert. Und gucke, ob ich wirklich den Beiträglichkeitsskill habe. Ach, momentan passen mir die Zuschauerzahlen nicht, Lena. Weißt du? Ich meine, vor meiner Krankheit lief es besser und bevor dieser Depp von Braun da gekommen ist, ähm, lief es um einiges besser. Da hatte ich ja teilweise bis zu zwölf oder gar 15 Zuschauer. Und, äh, inzwischen ist das komplett eingeschlafen, weißt du? Und das nimmt, das belastet einen Sherving, wenn dann, ähm, ja, die Zuschauerzahlen zum Maus sind. Man eigentlich zur Community schon relativ nett sein will, aber irgendwo auch der Community zeigen muss, äh, äh, dass es so nicht weitergehen kann. Und dann machen wir vorhin der andere Vollidude wieder da. Ja, wie schaut's eigentlich grad mit Likes, Dislikes aus? Ja, weiß. Kein Likes. Wow, hat er mal nicht gedisliked. Kann er auch mal in einen Stream gehen ohne zu disliken, oder was? Ja, lol, alter. Wow, er hat's mal wirklich geschafft ohne zu disliken, ey. Wow. Der Mensch hat gelernt. Na, hat er gemerkt, dass wenn er mich dislike, dass ich einfach, äh, das ausblende. Okay. 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 Beim Lena, ich habe auch vorne mal da Stetti eine richtig krasse Ansage gemacht. Die ist natürlich dementsprechend jetzt auch grad ziemlich emotional im Arsch und die Rotze fliegt. So, ich nehme mir jetzt einfach mal so ein Stahlschwert. Ne, warte mal, ich nehme einfach mal ein Kutzschwert, um das auszuprobieren. Wir probieren jetzt einfach mal mit dem Kutzschwert aus. So, schauen wir mal. Emsi, erzählen wir gleich über den beiden Händlichkeitsgill ab. So, jetzt gehen wir da drauf, Schwert, Kutzschwert. Ja, ich kann in beiden Händen ein Schwert tun. Wir haben beide Händlichkeitsgill, du Goldjelder. So weit hab ich gesehen, riecht geschafft. Herzlich willst du auf TS reden. Wiederum hat er trotzdem keine Eier, weil ich gerade am Marktplatz war. Aber eines muss man schon mal loben, der Papier ist halt echt zu sein, okay. Ja, das hab ich auch vorhin schon grad eben erwähnt. Wenigstens hat er mal, äh, in dem Punkt Ehre gezeigt und gesagt, okay, er lässt die Dislikerei. Wenigstens schon mal eine Sache, wo der Typ Ehre im Kopf hat. Ja. Ich will nicht mehr genügend Ding. Ähm, Vulkan-Klinge kann ich vielleicht auch nicht auf diesen. Das heißt, ich brauche noch weitere Vulkan-Klinge. Ähm. Das war einmal das Herde Schwert, oder was? Hm. Äh, Planet Nico und Herzige, könnt ihr beide? Ihr könnt ja weiter auf Mindy-Speed kommen. Ich hab da die, äh, Auslust der NTS-Ding. Könnt ihr beide auf Mindy, äh, 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 kommen zum Labern. So. Mal Quests abgeben. 42 Stück. Ah, da haben wir jetzt mal was zum Abgeben. Auf einmal auf dem? Also. Das sind die, äh, äh, äh. Aber wenn ich... Veh, Veh. Einmal-Bereich. Ja. Einmal-Bereich. Was ist der Mene? Oder wie? Alles. Oder wie? Was ist der Mene? Alles. So, dann müssen wir jetzt in die erste Welt ein bisschen Trun looten, dass wir die Vulkanklinge noch einmal bekommen. Herzliche sind zwar 10 Likes, aber die Zuschauerzahlen, wie schon gesagt, passen nicht. Aber sowas ärgert halt trotzdem, weil du musst dir vorstellen, da bist du mal krank für eine Zeit, engagierst extra jemanden, der für dich in der Zeit ersatzweise streamt, gibst jemanden deine Daten raus und alles, um das der für dich streamen kann und alles und dann sowas halt, verstehst? Das ärgert einen trotzdem massiv. Dann haben wir sich da dann trotzdem frecht, Alter, Leute, ich habe mich extrem mit einem organisiert, der mich in der Zeit vertritt. Ich glaube, MC hat wirklich Beihändigkeitsglück raus. Die hat wirklich jetzt zwei Schwerter und die nimmt sie aus. Das hab ich ja nämlich auch mal geschafft. Aber gut, du bist ja auf ein paar Level weiter als ich, ne? Ich bin fast 30, Alter. Dann merkst du was? Jetzt siehst du das gleich in Action-Basar. Ja, ich mein, das hab ich freundschaftlich gerne gemacht, aber was mich halt dann... Ich bin mal gespannt, wie dein erster Stream ist ohne GIF-A-Way. Wie da deine Zuschauerzahlen sind. Da bin ich echt mal gespannt. Meine ich, dass ich dir das jetzt nicht gönne oder so, ne? Aber da bin ich trotzdem mal gespannt, ob die Leute wirklich da bloß auf das GIF-A-Way gegiert haben. Oder ob du wirklich dann, äh... und dann wirklich dementsprechend auch, äh, trotz allem den weiterhin so viel euer Ding hat. Ach, die Drue bin mir nix. Ich brauch... ...neine Vulkan-Klinge. Die muss ich dann total auf-tunen. Ach, die Drue bin mir nix. Ich brauch... Oh, Mama spielt nur Kind. Die Katze hat ja einen Partner gefunden, um sich zu vermehren. Ja, aber schon mal in der Wildnis. Und auf einmal war sie schwanger. Und wenn ich mich jetzt brauch... Muss ich mal gucken im Skill-Form, dass ich irgendwie mir was, äh... Äh, äh, Weid-Händigkeits-Äh-Spezial-Fähigkeiten noch reinmau. Was Spezial-Tank, weißt du? Ja. Ist ja voll geil, ey. 2,2 Klingeln, ey. 1,2 Klingeln, ey. Ja. 2,3 Klingeln, ey. 1,4 Klingeln, ey. 3,3 Klingeln. 3,3 Klingeln, ey. 3,3 Klingeln, ey. Es geht nur mit Schwertern. Ja, das kannst du da nicht hinzufügen. die katze die katze die katze ne bildschirm die katze wie du durchdrehst ms hat gerade bei sims seine wohnung angezündet warte kurz ich geh mal lieber raus warum ist so schön auch mal die wohnung anzünden und mein handy verliert schon die verbindung kann es sein dass es nicht mit dem verbunden nur ein wlan kunststück das hat sich mit mc sein wlan verbunden das erklärt wahrscheinlich warum alles so ding ist jetzt pass auf das mal vorher so dass es sich jetzt da draußen auch ausbreitet dass das einfach mal brennen ich will wissen was passiert wenn das dann größer wird und dann irgendein fremder sims kommt dass es löscht oder so das geht von der reine aus aber mit dem haus nicht mit dem haus wird es wahrscheinlich weiter brennen denke ich mal ja genau deswegen mach ich es nicht hallo ich weiß mal die bohnen sind mit katzen und siehst du du könntest aber diesen bei dir gibt es doch einen tobias braun in deinem spiel hast du gesagt ja du könntest diesen tobias braun in einen raum einsperren in diesen raum magst du teppichboden und bei einem kapiten und dann magst du den zauber und verschwindest aus der bude also lade ihn mal in dein haus ein sei denn freundlicher bürger und lad ihn ein äh du kannst dir jetzt einladen sind in der ramm oder in den spiel system ja nun mal schauen ob es denn wirklich in sims gibt weil wenns den in sims gibt leute dann weiß ich schon mal weiß ich schon mal wenig bei mir beim nächsten debute von sims wenn ich da schon mal in einem team tun das wird wahrscheinlich das unbeliebteste team ever sein alter jawohl ich habe eine vulkanklinge stufe 3 perfekt ok dann gehen wir mal zu ausrüstung schwert wohlkanklinge stufe 3 ausgerüstet wenn man bloß schauen geht es ja irgendwas mit dem ab hier ja teppich und 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 so und ab ab und ab Ich finde es jetzt hier richtig groß hin da vorne, ne? Ich muss mal schauen, ob ich mir das nicht so gerne überhaupt gefunden bin. Jetzt wird sein Bruder zwar sehr wichtig sein. Hallo, was ist denn da? Ja, ich bin da. Durch, Knippel, Zweiharschwert, Speer. Das ist die Revolution MC. Ich bin da vorne. Ich bin da vorne. Ich bin da vorne. Ich bin da vorne. Ich habe ein paar Zweischwert-Skill-Dinge. Haben sie. Okay. Ja, ich werde jetzt gleich mal ein Vieh ausprobieren. Ich bin da vorne. Ich bin da vorne. Alter, jetzt bin ich kräftig unterwegt, Leute, jetzt hab ich richtig Power hier an der Start, Alter. Ah, jetzt kann ich die viel schneller batchen, MC, weißt du warum? Oh, Gegner, guck mal, ähm, weil ich jetzt die Geschwindigkeit erhöht hab. Leute, soll ich mal versuchen gegen diese Tyrant jetzt anzukommen? Jetzt bin ich um einiges höher von den Levels des letzten Mal, wo ich das gemacht hab. Ich glaube, ich probier das einfach mal. Let's go, komm, daraufhin, dass ich sterben werde. Oh. Mist. Ich bin der ansiedsendste Überlebende. Meine Kollegen sind beide, sind alle down. Guck mal. Ja, ne? Haben Sie das wieder geholfen? Doch, aber ich muss schauen, dass ich den Tyrant weglopfe. Da ist es so viel Spaß. Ich bin der Typ ist und behalte, dass ich nichts zu tun habe. Aber Leute wollen mich nicht besser herauskommen. Ich bin der Typ ist gerade und Ph stancequele zu übernehmen. Der Typ ist schon der Typ ist ja außerhalb der Typ hat. Ich bin der Typ ist ja so, wie viele da unten ist, aber das zu übernehmen. Und dann schlucken ich euch mal. Und dann schlucken sie alle davon zu mir. Wir sind der Typ ist eine Bühne. Ich bin der Typ ist ja sehr lesa, so besser zu mir. Ich bin der Typ ist ja. Und dann schlucken Sie sich das, was alle da unten haben. Ich bin der Typ ist ja closest ist. Und dann wird ich mich so, was zurück auf jeden Fall an. Ich bin der Typ ist. Ich bin der Typ ist, was Nutzung. Untertitelung des ZDF, 2020 Die erste habe ich schon mal Die erste habe ich schon mal gerettet Die erste habe ich schon mal gerettet Die zweite ist gerettet Jetzt greift sie den an oder was? Ich glaube sie spinnt Oh Gott, die wird sterben Rest in peace So und jetzt doch alles mal retten Die erste habe ich schon mal gerettet Die erste habe ich schon mal gerettet Die erste habe ich schon mal gerettet Ich glaube ich würde Ich habe schon mal gerettet Ich habe selber gerettet Ich habe in dem ich und ich habe in dem ich In die Stadt. Und dann müssen wir mal mein Zweischwert aufpinken. So, das ist jetzt schon mal Stufe 5. Und jetzt müssen wir mal aufpinken, dass die Stärke von dem Schwert noch besser wird. Super Fähgeschlagen, schwul. Ah, das hat wieder geklappt. Das hat auch wieder geklappt. So, und jetzt haben wir noch ein Knuchding. Das ist die Plus 4 plus... Boah, das ist da oben schon Plus 8. So. So, das ist nachdem die kleinen, also die kleinen Kätzchen und das kleine Mädchen, die vor Norden sind, ne? Hat uns der, der jetzt gerade lang kommt, dieser... Scheiße, der aussieht so ein Neon-Penner. Ähm... Die schrieben so, ja, alles Gute zum Nordrux halt, ne? Hm, weil ich kann... Ne, das war Minecraft. Soll ich das reinlassen, jetzt kannst du mir die Magie nehmen. Und zwar, und gibt's hier eine Magie. Ich tue gerade die Liebe zwischen Astner und Meuner noch ein wenig verstärken. Ich tue gerade Händchen halt mit der... Okay. Aber da merkt man wirklich, dass das Spiel eigentlich auf Kirito aufgebaut ist, MC. Ja. Da heißt eine Cocoa und ich hab gerade Corona gelesen. Das ist ein Moment immer. Das ist ein Moment immer. Katze, was machst du da schon wieder? Leute, ich glaube, dich eine Katze braucht Bief, ich bin gleich wieder da. Ja. So Katze, wir brauchen das Bief ruhig gerade, ich komme hin. Wenn du unbedingt Biefen haben möchtest, dann bin ich gleich da und gibt's hier am Biefen, was du haben möchtest. Also Katze, wo ist denn dein Biefen? Das ist dann der ganze Rösten eigentlich nicht, ne? Ja. Ich bin noch grüßtig. Keine Ahnung. Alle oben noch 10. Ich habe jetzt schon die Aromge geschnitten. Ich bin noch 10. Ich bin noch 30. Ich habe mich nicht mehr auf die Klaue, aber wird schon eher etwas auf die Kälte. Ja, ich habe auch gut. Nein, nein. Wenn ich mir schon auf die Kälte stehe, kann ich mir schon mal sehen. Nein. Was machst du? So Leute, ich bin wieder da. Ich lass jetzt deinen Sohns von Unterricht gehen, Alter. Der will aber nicht, MC. Verstehst du? Das ist ein Rabenvater, Alter. Ja, Sohner wie meiner. Nee, das war mir nicht angeschaut, weil das ja eigentlich ich bin. Nee, das ist so ein Rabenvater wie mein Vater, Alter. Das, wenn ich seine Kinder nichts übrig hatte. Hey, das ist Primäre. Mal loslassen. Menü. Gruppe bilden. Ich hab jetzt... Stimmt, ich brauch jetzt mehr von diesen Katzenringern, weil ich jetzt drei Katzen habe. Okay. Ich hab mir jetzt nicht Primäre in mein Team rein tun. Okay. Vielleicht hilft die mir mehr beim Cheaten. Nein, das ist Louis. Katze, das sind Schokobällchen, nichts für Katzen. Aus, äh, aus Primäre wird irgendwann nur Sky. Und dann kannst du Fußball anschauen. Na, ich schau doch nicht, was geistig ist. Ach nee. Ernst auf Katze. Da kommt hier runter, Meier. Kannst du auch mal den Tonleister, wenn du Klavier spielst? Leute, meine Katze hat das Keyboard gespielt. Ich hab ein... Ich hab ein Keyboard... 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 Ich hab ein Keyboard oben auf dem Schrank liegen. Auf dem Küchenschrank. Meine Katzen dürfen da oben schlafen. Die haben da oben ja solche Plätzle, wo sie schlafen dürfen. Und dazu... Aber warum ist Meier hier oben? Wie kam die da hoch? Und dazu laufen die eben über dieses Keyboard. Und die hat jetzt jetzt angeschaltet und sie hat dann drauf Klavier gespielt. Lol, Alter. Aber wie kam Meier da hoch? Wahrscheinlich auf demselbigen Weg wie... Wie... Miss... Ich baue die ganze Zeit Scheiße. Ja, aber... Mach nebenbei einer noch Scheu. Dann würde ich eigentlich nur ein paar Schubböbelchen haben. Ja, meine Katze ist sehr talentiert. Ich hab sie talentiert zum Scheiße bauen. Ja, Niko? Es ist wirklich so. Hier kannst du ein kleines Klavierspielen. In-State beim Super-Talem-Bewärmen hier. Volle Pulle, Alter. Deutschland sucht die Super-Katze. Ja. 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 Ich bin aber ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen. Die Frage hier zeigt zuschauer auf. Die werde ich jetzt an... Werd ich jetzt an diesen, ähm... Werd ich jetzt einfach mal ankündigen. Morgen... ...werde ich wieder die Tribune von Sims spielen. Weil dieser Content ja sehr beliebt ist, der wird ja sehr gemocht, dieser Content. Plus werde ich dann ein paar Regeln mit reinbringen. Diese Regeln werde ich euch dann auch morgen nochmal explizit erklären und zwar, dass zum Beispiel sowas wie Pools wünschen kann man sich nur noch für einen einzelnen Sinn wünschen, nicht mehr für alle eines Teams, weil sonst gibt es bloß eure Streitigkeiten, weil das Team aufgrund dessen verreckt. Planet Nico, der hat Bordes offline. Den habe ich vorher nicht gestartet. Da geht Coins nicht. Weil vorhin die Zeit recht knapp geworden ist beim Streamstart. Dann habe ich es zeitlich nicht mehr geschafft den Bot zu starten. Weil ich die Technik komplett abgesteckt habe und mein Platzmörder komplett sauber gemacht habe. Dann hat die Technik wieder rumgesponnen. Und deswegen ist der Bot offline bei diesem Stream. Weil ich jetzt auch nicht so lange warten lassen wollte, dass mit dem Streamen, mit dem Gameplay und alles. Dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich den Bot jetzt halt einfach mal offline. Den einen Stream. Aber im nächsten Stream ist der Bot auf jeden Fall auch wieder da. Der hat auch Urlaub. Oh, der da vorne hat irgendwas Toxisches abbekommen. Oh, der da vorne hat mich. Oder ist das doch nicht auf jeden Fall, der da vorneuler versucht. Herzlichen Glückwunsch, bist du noch ein Dream? Hat er dich gerade selbst gedinkt oder hast du geschockt? Ich hab dich gerade so geholfen. Ja, moin. Wissen erlangt Herzeg, der Bot ist nicht online Weil es vorhin am Starts mich knapp geworden ist Herzeg, du bist ja noch da Ich wollte dir nur sagen, die Adidas Tasche, die ich von dir gestern ja mitgenommen habe Die kann ich dir leider nicht mehr zurückgeben, weil Mein Schnurrbärtchen, also meine Anna, die hat die beschlagnahmt Ich meine, ich kann dir gerne per WhatsApp ein Beweisbild schicken Wenn die jetzt dann noch ein wenig weiter drücken liegt, aber Oh, Stefan ist auch da Aber, äh, äh He, he, he Waschmaschinen-DV Ja, lol, Waschmaschinen-DV Hahaha Katzen-DV Schade, dass unsere Waschmaschinen-Wissen hat Sonst werden wir wahrscheinlich die Katzen nach vorne Vorhocken und Arum-Dingsen Schade, ja Schade, Anna Ja Mein Schnurrbärtch Ja, 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 das ist jetzt der letzte Mal-Dinger Ich genieße die neue Neugschaukel, oder? Ja Ja Ich suche bestimmt jetzt auch einen Partner, um sich zu verminieren Ich glaube, sie singen Ach, also zwei Babykatzen Ja Oh, süß Einer heißt Bell Und Jampa heißt, äh, wie heißt Jampa? Ziki Zikzack Ziki und Bell So hießen immer diese Zigarettenkarten für die Automaten Ziki-Card, ja Wo ist dieses Ding? Ah, das haben sie da rein versteckt, ja Kannst behalten, kauf mir einfach eine neue Okay Ah, also schenkst du da Anna die, oder? Was? Auf Ehre schenkt er meiner Katze die Tasche Herzlichen Mut, ich schicke dir mal kurz ein Bild Heißt, Leute, ich bin mal ganz kurz nicht im Chatter, weil ich sage Ich schicke dir Herzlichen Mut mal ganz kurz ein Bild davon Warte, ich stelle es mal in meine Dings rein Oder? Ne, ich schicke es doch eben rein, okay Okay Wo machen wir denn hier, Zikmunt? Oh, nicht Blitz So, Zikmunt habt ihr Bild geschickt Das ist hier als Beweisbild, dass ich dir definitiv diese Tasche nicht mehr zurückgeben könnte Dann weiß doch, ich bin das Personal meiner Katzenhund und wenn die sagen, die Tasche ist beschlagnahm, dann ist die beschlagnahm Hä? Hä? Die Mutter musste dich mit meiner Mutter auseinandersetzen Ich bin das für mich mit meiner Mutter auseinandersetzen Ich bin das für mich mit meiner Mutter auseinandersetzen Okay, wer ist die Corona-Zeit? Corona-Zeit! Mit deiner Mutter oder mit meiner, mit meiner Mutter aber auch mit deiner, ja mit beiden Müttern musst du dich eigentlich auseinandersetzen weil deine Mutter würde dir das nicht erlauben dass du dir die Katze holst und meine Mutter mag es dir zu sehr Was ist das denn? Hä, außer du willst der Gieser, was willst du denn jetzt damit? Oh, Digga, weißt du was ich machen muss? Was mach ich glaub ich jetzt auf? Sterben! Ja, das sowieso Was, wir können gemeinsam angreifen, ja dann greif doch mit an Mann, dann mach doch! MZ, ich habe jetzt mal im Auftrag des E-O-Bots geschrieben auf dieses Ausrufezeichen ESA MZ, ich habe jetzt mal im Auftrag des E-O-Bots geschrieben auf dieses Ausrufezeichen ESA MZ, ich habe jetzt mal im Auftrag des E-O-Bots geschrieben auf dem Auftrag des E-O-Bots MZ, ich habe jetzt mal im Auftrag des E-O-Bots geschrieben auf dem Auftrag des E-O-Bots für meinen Partner zu machen Und zwar Wenn ihr vorhabt, irgendwie eine Nacht durchzuzocken oder generell irgendwas vorhabt, wo man langfristig wach bleiben muss dann deckt euch ein mit Booster Energy Drink, ist echt Pomme das Zeug Das hat voll rein Da ist man auf jeden Fall dann auch definitiv wach, das hilft Und Das ist nun seit neuestem, meine neueste Partnerschaft Wenn ihr einen E-Scooter wollt, dann gebt mir Bescheid, dann besorge ich euch den Bei meinem Partner Und zwar beim E-Scooter-Shop Bayern Und dann kriegt ihr auf jeden Fall dort auch günstig einen E-Scooter Ähm, die Partnerschaft muss bloß noch ganz fertig gemacht werden, weil wir da noch keinen Link und so haben Aber das wird dann die nächste Zeit kommen Und Jetzt muss ich trotzdem mal Werbung in eigener Sache machen Ohne Partnerschaft Und zwar von Norma diese Lind Die heißen ähm Prizzer Snacks Diese Bits schmynden Bombe all FYH Entschuld, Entschuld, entschuld J prereist Genau, wie machst du? Dauer-Porn-Ausendung. Ich mach mal Porn, hab privat auch. Das war schon meine erste Nutter am Start. Ist eigentlich noch der Nutter am Start? Nupp. Ist schon der Nutter geklappt? Ja. Schade. Ja. Das machen viele so im MC. Ja. 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 Irgendwann hat's halt schon wieder Autismus. Äh, jetzt nicht. Später vielleicht. Leute, das Mien muss ich jetzt einfach bringen. Katze, halt's Maul, sonst lünsche ich dich. Meine Katze braucht da Knackschellen. Mein Handy bekommt mir jetzt wieder mit Werbung, Spar-Handy. So Leute, passt auf! Ich geh jetzt da hin, ne? Und wenn ich jetzt einen umgebracht hab, dann mach ich das Mien. Passt auf! Ohhhh! Ohhhh! Aua, Trio! Ist auch im Start. Ja, das mir grad bezüglich den Diensten, die ich anbiete. Ich hab hier mal was. Auf Wortschrittsgeschichte soll ich dir das mal für den Alcancen machen. Ach, da schaut so bald. Aber bei meinem Stream nicht. Da konnte ich nicht. Und ich wollte auch nicht so einer sein, der sagt, ich zwinge mich rein nur für GiffAway. Der kann, wir hätten eh aufgerufen. Das ist das Youtube-Team. Stellt euch mal vor, da macht so ein Youtube-Mitarbeiter so mit bei GiffAway. Hahahaha! Die Youtube-Team wird ausgeschlossen! Hahahaha! So da! Was hast du gelöscht? Was hast du gelöscht? Ich hab kein was. Halt bevor ich das vergesse, Leute. Ich will ja da hinten erstmal dieses Ding noch annehmen. Dass, wenn ich dann den End-Boss gemacht hab, dass ich mich dann woanders interpretieren kann, dann wieder mich zum End-Boss interpretieren kann und dann wieder den End-Boss nochmal fertig machen kann. Was ist das? Nein, ich meine mit dem Team Dich, MC und so. Weil, wenn du auch Wurzel rausziehst, sowas kann ich mir auch, kann ich dir auch machen. Nein, wir machen jetzt mit dem Aslan-Song jetzt nicht wieder irgendwelche Experimente, äh, Brotrio. Was ist das? Mit dem Aslan-Song? Ich meine, dann werden wir nie fertig. Weißt du, wenn wir die ganze Zeit immer wieder irgendwo ein neues Experiment machen, äh, und dann das doch wieder umstellen und dann wieder in die Richtung umstellen und wieder umstellen und wieder umstellen und wieder umstellen und wieder umstellen, dann ist der Song noch in 20 Jahren noch nicht fertig. Dann brauch ich's ganz ehrlich auch nicht. Sag ich dir ganz ehrlich, das äh, bleibt so wie es ist, dann machen wir's nicht irgendwie noch immer noch anders. Ne, schau erstmal was das ist, aber, wenn du es nicht mal siehst, dann sind wir los. Ach Junge, ich bin doch grad, wenn ich streamen merke, das nicht. Ja, ja, wir sind ja dabei. Warum kommen die Leute eigentlich nur mit irgendwas angeschissen, wenn ich hier im Streamen bin, Alter? Den ganzen Tag haben wir Zeit, mich anzuschreiben. Den ganzen fucking Tag. Man kommt mit irgendeinem Scheiß, wenn ich im Streamen bin. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und schau, dass ich das vielleicht irgendwie aufnehmen kann. Würde euch sowas gefallen? Wenn ja, dann würde ich euch das nämlich aufnehmen, wenn ihr es möchtet. Meinetwegen sogar zusammen mit Herzig Moon. Aber leider kein GoPro, Leute. Das ist halt das Problem. Ich kann das nur mit dem Handy aufnehmen. Bei der ersten Möglichkeit. Oder die zweite Möglichkeit wäre, dass ich versuche, irgendwie meine Kamera an dem Roller zu befestigen. Mit meinem Handstativ. Und versuche, das irgendwie aufzunehmen. Ich meine, in der Nacht würde sowas zwar wahrscheinlich blöd sein, weil in der Nacht würde es wahrscheinlich nicht wirklich scheiß funktionieren. Aber vielleicht tagsüber. Also ich tagsüber mal mit dem E-Schooler ein bisschen Windrise. Und halt das Ganze dann aufnehme und euch das quasi dann hochfallere. Das Ganze würde ich euch höchstwahrscheinlich sogar auf, ähm, zwar auch teilweise hier ähnliche, aber, ähm, oder ich werde vielleicht hier auf diesem Kanal so einen kleinen Mini-Dingbereich, äh, so einen kleinen Mini-Teaser davon machen. Und dann hauptsächlich würde ich das halt so machen, dass ich das auf meinen Crazy German Vlogging-Kanal online stellen würde, wenn's... Wenn euch das, wenn euch das, äh, dass ihr das dann quasi dort, äh, angucken könnt. Ich werde zwar das Kind uns wieder hier einbringen. Ähm, da muss ich auch noch dieses Unboxing-Video fertig machen, Leute. Das mache ich dann auf jeden Fall die Woche auch noch fertig. Ähm. Hast du noch immer wieder getreten, oder was? Ja, natürlich. Ich wollte ja eigentlich daheim aus Unboxing, aber... Nachdem das ja dann nicht funktioniert hat. Weil meine Mutter ihr kleinen Schießen, das mit Neibast hat, muss man das dann unten auspacken, und hab ich gesagt, dann warte ich mal, äh, ich will ganz kurz, äh, das Ganze aufnehmen und für meine Community dann sitzen. Ey, das gibt's doch nicht. Vielleicht kann auch Herzig nun mal ganz kurz bei sich zuhause auf meinem, äh, Vlogging-Kanal, ähm, wechseln. Mal ganz kurz mit meinem Vlogging-Kanal in den Chat schreiben. Aber mir ist nämlich gerade blöd, weil ich gerade übers Handy online bin. Also quasi übers Handy im, äh, Chat drin bin. Weil ich ja auf dem Bett lege. Weil sitzen, das packe ich gar nicht. Sitzen geht gar nicht. Aber so stehen, das geht einigermaßen. Und, äh, laufen geht einigermaßen. Und, ja, Lieben ist halt natürlich das Bequemste. Momentan. Deswegen, Herzig nun, deine Aufgabe, kommen wir mal mit meinem, zweit, mit meinem Vlogging-Kanal. Ah, da ist er doch schon. Das ist mein Vlogging-Kanal. Auf den möchte ich auch in Zukunft schauen, dass ich vielleicht sogar ein bisschen aktiver dort werden. Weil da habe ich bis jetzt nur ein Video drauf gemacht, um mal zu gucken, wie das so ankommt, der, äh, Kanal. Und, da wäre ich auf jeden Fall, äh, noch ein, noch schauen, dass ich da auch ein bisschen mehr bringe. Weil ich generell schauen will, dass ich so, ein bisschen kanaltechnisch was mache. Dass ich quasi nicht nur den Kanal hier mache, sondern dass ich auch auf anderen Kanälen, ähm, quasi auch dann sozusagen das, verschiedene Content-Sachen online bringe. Jetzt zum Beispiel habe ich auch noch vor, einen, äh, Kanal zu machen, wo ich, äh, zum Beispiel, äh, die Spaghetti, äh, Spaghetti Carbonara von der Norma, äh, kaufe und dann meine, äh, kompletter Meinung dazu sage. Also quasi meine Preis-Leistung, nicht das von der Preis-Leistung-Verhältnis finde, wie der Geschmack meiner Meinung nach ist, und so weiter und so fort. Also, das ist dieser Crazy German Vlogging-Kanal, das ist mein, äh, Vlogging-Kanal. Und auf diesen werde ich dann auch, äh, im Laufe der nächsten Zeit, wenn es mir dann wieder, äh, soweit gut geht, äh, werde ich auf diesen wieder um einiges aktiver werden und dann auch dort immer wieder mal einen Vlog hochballern. Ich denke mal, vielleicht, wenn alles gut geht, versuche ich einmal die Woche da was hochzuballern. Die Woche da waren. Und die Schammerz habe ich Gerito für mich gerade, die Schammerz schneide ich jetzt äh äh flanken kann Ich habe die Gerito für mich gerade einfach so gut Voila Das war's für heute. Was ist das? Ich kann mit Asuna sogar Hähnchen halten, äh, draußen in der Wildnis. Kann ich dir dann auch, äh, rumtragen? Ja, loil, ich kann dir draußen auch so rumtragen. Töp. Wann ich da ein bisschen Leidon, äh, hm? Leidon sauber? Ja... Geht, guck mal. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, ja, ich bin so. 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 Ich denke mir halt, Leute, wenn ich jetzt alles auf den Kanal hier bringen würde, das wäre natürlich auch nicht so schön, finde ich. Weil das ja eigentlich mehr so ein Gaming-Kanal hier gedacht, äh, als Gaming-Kanal gedacht war. Äh, ich meine, hin und wieder werde ich hier Vlogs bringen. Sowas wie die Autoschau werde ich weiterhin natürlich hier auf den Kanal auch vloggen. Aber ich werde diese Vlogs auch parallel auf meinen Zweitkanal hochladen. Ähm, ich muss dann bloß gucken, wie ich das dann mache, wegen der Anmoderation und wegen der Abmoderation. Aber ich denke mal, ich mache es dann einfach so, dass ich dann halt, äh, diese einfach, nur falls, wenn ich sagen muss, doppelt mache. Also einmal für den Kanal drehe und einmal für den anderen Kanal drehe. Weil dadurch, dass ich jetzt im Endeffekt, äh, nur noch meinen Server und im Endeffekt hauptsächlich als Verpflichtung habe und arbeitstechnisch ja mittlerweile, äh, nichts mehr machen muss, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich auch wieder mehr Zeit habe und dementsprechend das auch, ja, hier in meinem Zeug ein bisschen kann. Was? Weil wir natürlich auch nicht machen. Was? Weil jeder der drei soll, äh, von jedem der, äh, und der andere werden, weil der werden nämlich, der werden nämlich, der werden nämlich den Gangster. Weil ich meine, der sich schon mal mal sparen hat. Während in dem auch wieder Gangster wird. Ich pack bloß das Handy, oder ist der Chat schon, aber da irgendwie nicht aktiv? Aber zwölf Likes und heute nicht Likes, sowas ist doch schön. Name, Adresse, Wohnort, Geburtsort, Ausweisnummer, Bankverbindung, Krankenkasse, sonst noch was? Ich bin gerade auf dem Trompetenkäfer gelegen, Leute. Die Trompetenkäfer sind echt schlimm, ey. Oh, die Trompetenkäfer, ey. Stimmt, er hat sich Mundschraub gerade noch über meinen Crazy German Vlog hier noch rein. Steueridentifikationsnummer fehlt noch. Und polizeiliches Führungszeugnis. Ja. Ich bin hier, ich bin hier. Geist doch mal! Geist doch mal! Ja, das war's! Ich rufe der Geichner-Pitzker! So, die wollen jetzt zurück in die Stadt, das heißt, die Quest geht wahrscheinlich da weiter, also die Story. Untertitelung des ZDF, 2020 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 mcironics tv ihr habt keine beweise kronix hat raus schott rein herzig braun kronix hat raus alter tobios moon genau herzig tobios moon braun kronix norbert jetzt fragt er beim bruder aus du kannst es nicht im moment benutzen schwul herzig uwe uwe schmitz tv mc schmitzt ne du machst es falsch mc schmitzt ja in der ritze alter der mc hat schwitze in der ritze das musst du sogar sagen wenn er denken ob das stimmt bei mc kocht das arschwasser der schwitzende norbert schwitzt ständig schon wenn er nachdenkt mc für die 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 Du bist aber gerade Park am Seeufer, ne? Ja. Und ich lese Park am Säufer. Also Leute, das war der Park am Säufer, wo ich gerade war. Park am Säufer... Park am Säufer ist gerade... Oh Katze, mach den jetzt zu breit, sonst mach ich mich breit, alter. Oh, Katze, mach mit mein Brei. Oh, schell gemütlich auf die Katzlinge hin. Die würde sogar liegen bleiben im MC. Ah, jetzt geht's direkt, jetzt hat sie gemerkt, dass ich... Ich bin wie richtig auf die... Da schütt ich da rüber. Aufs Kopfkissen. Hallo, Bauer. Bauer Verlag da, schütt ich da drauf. Du liegst doch so gerne auf meinem Kopfkissen. Soll die. So, ich... So gehe jetzt Kopf über. Ey, ganz ehrlich, Leute. Die, was jetzt gerade spricht, ne, die schaut aus wie Sailor Moon, alter. Aber volle Pulle, ey. Ja, das steht... Das steht jetzt wieder, ne? Scher auf dem Kopfkissen. Wurste ich hier müssen, weil... Oh, Wolf ist auf meinem Kopfkissen. Leute, mein Kopfkissen wurde gerade beschlagnahmt. Ja. 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 Ich mache das nicht so gut mit dem Also habe ich euch gefunden Oh, das ist die eine Feuchtung Das ist die mit einer Feuchtung und dann ist das ein Loch Ich habe das im Moment Um, ich habe das ein Problem Ich habe das Gefühl Herzlichen Glückwunsch, jetzt ein Bauer. Irgendwie was baust du da gerade? Das war gar nichts. Ist überall schon an der Zauberschule. Ich glaube, es kann meinen liebsten Sohn das Zaubern beibringen lassen. Also meinen bösen Sohn. Also einen Diebstahlsohn. Was natürlich keiner weiß, dass er die magischen Kräfte für eigene Zwecke benutzt. Das gibt Namen, zeige. Dann zeige mich an. Wer ist das? Herzlichen Glückwunsch, dann hole ich den Schmutz. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, was das übrigens sein zweites Merkmal ist. Das zweites Merkmal ist, dass er böse ist. Also ein ganz und ganz böse Mensch. Den lassen wir auf mich Verbrecherkarriere einwandern. Ich weiß, dass der andere, der Polizist ist. Ich weiß, dass der andere, der Polizist ist. Ihr habt ihn wirklich gekämpft. Da sage ich mir, hättest du ... Bla 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 und Skip. Was ist das? Icsa Yattakus Sollte Kizu Konek 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 Was ist das? Alter, wieso wollen wir jetzt noch labern, ey, du nur wieder, er labert schon seit fünf Jahren. Oh, Leute, jetzt wird's erotisch. Jetzt kommt Erotik ins Spiel, Leute. Jeder, der jetzt gerade keine Freunde hat, kann sich jetzt gerne darauf anschrubbeln. Also, herzlich willkommen, auf geht's. Pass auf, wir müssen jetzt gleich kommen, die Erotikschau. Erotik. So, Leute, fertig gelabert, perfekt. Ich denke, das ist richtig. Ja, in dem springen auch eine dumme Kreatur hinter mir. Eine dumme Kreatur, ah, Mann. Ah, das ist das, was ich? Ja, das ist das, was ich. Oh, das ist das, was ich. So, ja, Leute. Dann bedanke ich mich beim Zuschauen bei diesem Livestream. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Falls ihr neu seid, dann lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir gemeinsam dieses Jahr auf jeden Fall die Tausend noch erreichen, weil dann könnt ihr euch freuen, dass ich mich mit Fortnite quälen muss und dann habe ich hinter mir. Des Weiteren werde ich jetzt schauen, dass ich demnächst auf dem Vlog-Kanal wieder ein bisschen aktiv bin, dann auch. Und dann möchte ich euch nochmal einen neuen Kanal mit euch dann zusammen aufziehen. Aber da schauen wir mal. Mal schauen, herzlich. Da schreiben wir gleich im Whatsapp. Ja, der ARK-Server ist wie schon gesagt derzeit offline. Da werden wir aber neuen machen. Den werde ich euch dann auch genauso machen wie den anderen, dass ihr den auch wieder finden könnt. Meine Display findet ihr über ts.cc-sw.de und die anderen Server, die werde ich euch jetzt mal noch nicht sagen, weil die ja momentan für euch noch nicht erreichbar sind. Deswegen würde ich sagen, machts gut, danke fürs dabei sein, bis zum nächsten Mal und tschüss tschüss.